Und das Schlimmste so für mich in der Zeit war, meine Depression ist wieder schlimmer geworden. Das ist halt so, ja es wird halt einfach unterschätzt. Also man denkt immer, man steckt das so weg, aber und ich hatte ja auch schon vor langer Zeit eine Therapie, aber das kann halt immer wieder kommen. Und das war so eine schwierige Zeit, dass ich tatsächlich bei meinem alten Therapeuten wieder angerufen habe. Ich habe bei meinem alten Therapeuten angerufen und gefragt so, hey Digga, ich nenne ihn Digga, ich nenne ihn Digga. Habe so angerufen und habe gesagt so, ey, wie sieht es aus, könnten wir vielleicht wieder eine Therapie machen. Und der am Telefon so, nee, ich habe aktuell Besucherzahlen, von denen träumst du.